Heute Abend trifft Bayer Leverkusen auf den VfB Stuttgart im Top-Spiel im Rahmen des 9. Spieltages der Bundesliga-Saison 2024-25. Und selbstverständlich wie immer vor solchen Partien werfen wir auch einen Blick auf die potenziellen Aufstellungen beider Teams. Vorab, wenn ihr Videos wie diese mögt, lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts zu den Top-Themen der Bundesliga zu verpassen. Und in dem Sinne fangen wir mal mit Leverkusen an. Und ich denke bei der Werkself dürften wir keine großartigen Überraschungen erwarten. Im Tor Lukas Radecki, Dreyer Innenverteidigung, Hinka-Pier, Tabsobar, Grimaldo und Frimpong auf den Außen, Andrich Chaka im zentralen Mittelfeld. In den Halbräumen können wir Florian Wirz und Martin Terrier erwarten und im Sturm Victor Boniface. Ausfallen werden übrigens Armin Adli aufgrund eines Wadenbeinbruchs und Januel Belossian wegen Sprunggelenksproblemen. Ansonsten kann Xabi Alonso hier nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Sprich, man wird hier gegen Stuttgart auf jeden Fall auch von der Bank wieder gut nachlegen können. Gute Nachrichten aus Sicht der Werkself gibt es da auf jeden Fall auch bezüglich Patrick Schick, der ja unter der Woche gegen Elversberg einen Doppelpack geschnürt hat und damit seine ersten beiden Treffer seit dem Supercup für Leverkusen erzielte. Zuletzt hatte der 28-jährige Tscheche ja eine längere Durststrecke. Wobei man fairerweise sagen muss, dass er zuletzt auch nicht wirklich viel Einsatzzeit hatte. Er kommt wettbewerbsübergreifend auf gerade einmal 412 Minuten und da sind drei Tore und eine Vorlage jetzt nicht die allerschlechteste Quote, wenn man es einfach nur auf die Minuten runter bricht. Aber gut, schauen wir jetzt natürlich auch auf den VfB Stuttgart. Da rechne ich mit folgender Aufstellung, Alexander Nübel im Tor, Andri Chase und Anthony Ruhol. In der Innenverteidigung rechts Joshua Wagnermann, links Maximilian Mittelstädt, zentrales Mittelfeld Angelo Stiller und Atakan Karasor. Dann Dennis Undorf auf der 10, Enzo Mio auf rechts und Jamie Leveling auf links. Und dann bin ich mal gespannt, ob es dann im Sturm entweder El Bilal Tore wird oder Ermedin Demirovic. Demirovic. An der Stelle hat der VfB momentan einfach ein Luxusproblem. Demirovic steht ja in der laufenden Bundesligasaison nach 8 Spieltagen mit 5 Treffern. Das ist der beste Wert neben Dennis Undorf. Aber auch El Bilal Tore kommt langsam in eine gute Form. Hat er zuletzt auch gegen Holstein Kiel ein Tor erzielt, ein weiteres vorbereitet. Und gegen Juve hat er das goldene Tor gemacht. Gut möglich, dass also er hier die Möglichkeit bekommt zu starten. Ausfallen werden beim VfB übrigens dann Axel Zagadou, Luca Raimund, Leonidas Stergiu, Justin Diehl, Jeff Chabot. Zum einen aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre, zum anderen aber auch aufgrund einer Muskelverletzung und Yannick Keitel. Dennoch hat der VfB aus dem Spiel heraus die ein oder andere Option in der Offensive nachzulegen. Egal ob Chris Führig, Fabian Rieder oder eben beispielsweise auch Ermedin Demirovic oder El Bilal Tore, je nachdem wer starten wird. Gerade da ist man ja wirklich richtig gut besetzt. Und wenn man das Ganze jetzt so gegenüberstellt, dann muss man natürlich nach wie vor sagen, das war aber auch in der vergangenen Saison schon so, dass Leverkusen individuell auf den meisten Positionen besser besetzt ist. Was jetzt die reine Qualität angeht. Aber Fakt ist auch, beide Mannschaften sind in der Lage einen richtig guten Fußball zu spielen. Der VfB Stuttgart war bei den letzten Aufeinandertreffen in der Regel immer auf Augenhöhe. Und ich glaube auch, dass es diesmal wieder so sein wird. Natürlich ist es bitter, dass man in der Abwehr auf Jeff Chabot verzichten muss. Aber André Chase, meiner Meinung nach auch ein wirklich gutes Talent, welches in der Lage ist, an einem guten Tag auf dem Level mitspielen zu können. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass Chase ja in dieser Saison bereits auf einige Spiele kommt. So dass man sich hier wirklich keinerlei Sorgen machen muss. Und ja, viel mehr gibt es zu den Aufstellungen an sich eigentlich gerade gar nicht zu sagen. Es wird auf beiden Seiten voraussichtlich keine größeren Überraschungen geben. Bei Leverkusen rechne ich schlicht mit der Bestbesetzung. Kleinere Rotationen sind natürlich nie ausgeschlossen. Gehe ich jetzt gegen Stuttgart aber weniger von aus. Und beim VfB wird es ähnlich sein. Entsprechend können wir uns hier auf ein absolutes Top-Spiel freuen, wozu ich euch in der Endcard übrigens auch noch die EASC 25 Simulation inklusive einer ausführlicheren Prognose verlinkt habe. Schaut also auch da gerne vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.